Was wirst du bekommen? Der Schmerzseid Ganz knapp, ganz knapp Da reden wir besser nicht drüber, oder? Ne, reden wir nicht drüber, aber war lustig anzusehen Takodana, ja Das ist gut, weil die Ray hat ja auch so eine Art Scan-Impuls Da kann man auch die Gegner dann sehen in ihren Bischen Wo sie ankommen Den Parade hab ich bis jetzt auch noch nicht gesehen gehabt Na stimmt, der wurde noch nicht genommen So Leute Wie gesagt, Drachenbosche, du kannst dann heilen, ne? Für die Leute, die um deine Auge sind Ich hab mir grad tatsächlich schon mal die Fähigkeit durchgelesen Wow Wow, der kann viel blitzen, was zur Hölle Ja, ja, ja Ich hab ihn gemeint, schmeckt, aber er ist ruhig gewürgt, oh nein Ah Hör auf hier rum zu schocken Ich spring dir die ganze Zeit durch die Gegend, bleib jetzt mal hier stehen Bleibst du da? Im Wasser ist gefährlich mit dem Schocker hier Ja, ja Den kriegst du nicht Keine Chance, keine Chance Der hüpft nur rum und blitzt alles Ja Aber der hat auch drei Sternen-Karten Und die Stufe 20 Uh, okay Oh, ich werd gleich drauf gehen Der höchste Held ist irgendwie, den ich hab mit Kylo Ren und mit Level 12 Ah stimmt, er hat echt drei Karten, krass Ja Ja, nicht gegen alle, nein, 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 nein Du bist doch Meister Yoda, jetzt zeig doch mal was du kannst Ja, wegrennen kann ich Nee, das hat der im Film auch nicht gemacht Ich bin auch noch das nächste Ziel Ich bin auch noch das nächste Ziel, das ist nicht fair Warte, ich komm zu dir, ich opfer mich für dich, warte, warte, ich lenke die ab Ich komm nicht hinterher, ihr seid zu schnell Ich heil mich, aber das bringt gar nichts, Alter Alter, alle auf mich drauf, ja genau Die kriegst du auch gar nicht, ey Uh, 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 das wird, das wird die üble Runde Ja, das wird bitter jetzt für uns, ne Die spielen auch gut zusammen Die spielen auch gut zusammen, ey Wo ist denn das Ziel von denen, verteidigen? Ich bin zu weit weg Ich denk mal, wenn die jetzt auch noch gepartnert sind in der Lobby oder so, in der Party, dann wird's schwierig Eventuell, ja Weil die sind echt immer zusammen Ja, stimmt, die sind Oh, Luke, wir haben Luke verloren Hinter uns ist, oh Ja, Kylo Ren hast du Ja, warte, warte, ich hab ihn gemeintrickt Sehr gut Wir holen mal einen Kill, wir holen einen Kill Die schaffen das, jawoll 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 Was wär's Der erste Kill, er war nicht das Ziel, aber ist egal Ja, scheißegal, die haben einen Kill gemacht Wir sind jetzt schon so verzweifelt, es geht jetzt nur darum, Kills zu machen Achso, okay Ey, ich hab Imperator mal weggehauen Ich hab den Vader geholt, jawoll Imperator, der nächste, komm, 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 den schaffen wir So, ich komm auch wieder an zu euch Der Imperator ist einfach viel zu schnell Ich hab ihn gemeintrickt, oder? Nee, der ist zu schnell, den kriegen wir nicht mehr Aber der macht das gut mit dem Ausweichen Da weichst du mal aus Alter, nee, was mit Yoda kann ich gar nicht Der ist nicht zu langsam, ich kann nicht mit dem umgehen Der ist nicht schlecht, der Typ Der Imperator? Ja Der ist übel Der hat's raus, der hat's raus Der mit dem Weg springen ist echt gut Den kriegst du echt nicht Nicht mal gemeintrackt jetzt, oder jetzt? Ach man, wieder zu kurz Oder? Ich hab Vader gemeintrackt noch Das meinte ich, wo ich die in der Kampagne gespielt habe und gesagt habe Jetzt ist schon der Zeitpunkt gekommen, wo es ein paar Leute richtig raus haben und man gar keine Chance mehr hat Naja Jetzt bin ich noch das nächste Ziel, das habe ich gar nicht gecheckt, ich muss mich mal regenerieren Nein, daneben Alter, ich werd nur rumgeschleudert die ganze Zeit hier Nein, jetzt bin ich tot, nein Jawohl, Duell ging das mal, gewonnen Sehr gut Gleich mal heilen Und wenn ich erster als Teams bin, weißt du schon Bescheid, wir haben verloren Ja, ja, ja Das wird nichts, aber 6-9, das schaffen wir Für den König Für den König, ey Einfach in drei Leute reinspringen Warte mal, wo seid ihr denn jetzt? Lass mal wieder sammeln Wo ist Lando? Okay, Tommy, warte, ich bin bei dir Jetzt kommt ein Parater Mein Trick Wo ist der? Mann, der springt zu viel rum Das gibt's gar nicht, den kriegst du nicht zu fassen Komm, ein Stich noch Jawohl, der ist echt krass Ich habe, glaube ich, noch nie einen gesehen, der da so oft weggesprungen ist mit dem Ah, da haben wir es wohl mit einem Profi zu tun Mann, weiß es nicht Hehehe, Raider weggeschleudert Sehr gut, der ist angefackt, wo ist der? Ach, da ist er in der Ecke Raider gekillt Wuuu Nice Wir müssen uns aber eher um den Kylo kümmern, hier ne? Ich bin dabei Hab ihn dabei Einer von euch hat den gut Oh, das Boss kam die jetzt Er hat gewechselt Uuuu Nein Da wurde ich weggesprengt Ja, ich Ah, das ist der, das war der Imperator, der ist gewechselt zum Boss Mit dem hat er auch zwei blaue Karten, der ist schon gut, der Kerl Er hat eventuell ein bisschen mehr gespielt schon, ne? Der Harry Ich hab ihn gemeintrickt, hab ihn gemeintrickt Ach, es kommt der Vader und wirkt mich, das gibt's nicht War das, äh, äh, diese Echtgeldsachen am Anfang eigentlich noch eingeschaltet? Ja, am ersten Tag Ja, 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 vielleicht deswegen, vielleicht deswegen Ich muss mal kurz weg hier Wie schafft ihr das so schnell zu sein immer? Kann sprinten, ne? Das ist ja klar Ne Nein, der Boss hat noch ein Prozent gehabt Ne, das geht nicht Nein, Boss bleibt da! Ja Der hat noch ein Prozent gehabt Ah, wieder nicht erwischt, das gibt es nicht Mann, ey Toll, stehe ich außerhalb des Gebietes rum Und, wie ist es da so? Schlecht Weil ich gegen drei Leute kämpfe Du, der Lando rollt sich durch die Gegend, aber mehr kann er auch nicht Ja, mehr geht auch nicht Da kommt auch der Draht Ach, hat er mich nicht mehr retten können Ja, ich wollte doch alle mindstricken, aber Sind einfach zu viele, guck mal Ich glaube, Vader weggeschleudert immerhin Sind nicht mal Gegner, da ist Vader Ja Also die spielen echt gut zusammen Au! 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 Spürst du jeden Hieb, ja? Ja, au! Ich hab mich nicht schnell genug gehalten Au, au, au Ja, das war jedes Mal so eine Granate von Von Bost Von Bost, ja Ja Bin schon wieder das Ziel, das gibt es nicht Oh Gott Oh Gott Lass diese Runde beendet werden Schnell Ich hab mal zwei Kills gemacht Inteinander, geil Bin ich gut Oh Mann Ich muss mal weg Oh, der ist viel, den kriegen wir jetzt aber hier, den Boss Ja, den hab ich auch gerade da weggeschleudert Okay, warte, komm zu euch Weil Sprinten ist schon noch L1, oder? Naja Dass so langsam ist Jetzt haben wir ihn aber Hab ihn gemeintrickt, hab ihn gemeint Was? Der ist jetzt gesprungen? Jawoll Jawoll 2-7, jawoll Sieht doch besser aus Nein, ich will nicht das Ziel sein, lass mich in Ruhe Ach Mann Mitten in der Gegnerhorde drinstehen und dann noch Ziel sein, ja So muss das sein, so muss das sein Egal Alles kein Problem Aber Yoda, glaube ich, spielt nicht mehr so oft Ja Kann ich, weiß nicht Muss man halt immer ein bisschen üben Ich finde, Yoda ist ein bisschen zu langsam dafür, dass er eigentlich Yoda ist Ja Im alten 2er ist ja richtig gesprintet, ne? Das stimmt Ja, 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 im alten 2er war der krass Ich bin wahrscheinlich letztes Ziel Ich bin wahrscheinlich letztes Ziel Ich bin das letzte Ziel Ich bin das letzte Ziel Warte mal, ich komm mal, wer ist denn hier hinten gespawnt Ich bin alleine sterben Nein, da ist der Oh, darf mal Ich bin schon da Ich bin zumindest auf dem Weg Ja, ich muss eigentlich Ich hab noch 300 Leben Das ist ein letztes Ziel Wenn einer von euch ist, ist der Boss hier auch noch am Start Ach, Kylo, dann ist das Ziel, ja Seh dich, Kylo Nein, ich werd geflucht Ah, schade Hilfe Hilfe Ich hab es nicht mehr Boah Überleben Nein Ich bin fast tot, ich bin fast tot Nein, ich hab das Nee, da war der Wähler hinter mir die ganze Zeit Nein, ich hätte das Duell vielleicht noch gewinnen können Ja, ich war sogar noch bei euch gewesen Ich hab euch ja noch gesehen, aber da war der Wähler direkt hinter mir Gemein Ja Ist das Spiel einfach zu Ende gewesen Schade, schade Genau, diese Geste hab ich auch gerade drauf Die Hände zum Himmel Nein Machst du zum Himmel raus, ja No Oh man Hey, Tommy ist nicht der Erste, was ist da los? Nee, der Harry war krass Ja, der war echt krass Das war ja auch der Imperator gewesen Ah, okay Ah, gut Ja, der war echt krass Hey, Rang 6 Nee, ja doch Das geht langsam nach oben Die Karte wird auch wieder negativ, also alles wieder gut Na, die wird ja insgesamt nicht angezeigt, Gott sei Dank, noch nicht Ich find's gut Auch gut Es reicht, dass die am Ende des Spiels angezeigt wird Ja Bisschen guck ich auch krumm auf die Statistik, denn Das wird immer alles rausgeschnitten, ja, verstehe ich schon Alles mit Photoshop, weißt du, die Zahl kommt nach vorne, die würde ich ja Wie 500 Kills Geil